Moin Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends Level 1 bis 30. Ja, wir sind hier noch im Startmenü und hier seht ihr, wir sind auf Meisterschaften. Das sind noch sozusagen, ja, einfach Seiten, wo es extra Effekte gibt. Da habe ich eben mal noch ein bisschen was dazu gemacht, da habe ich jetzt Erholung komplett aufgefüllt, das heißt wir bekommen zwei Leben alle fünf Sekunden und Zorn, genau. Das ist dann plus 0,8% Angriffstempo, gerade für Timo ist es mega wichtig. Ja und jetzt wo wir schon beim Thema sind, ich gehe hier mal in Runde und wir sehen uns gleich mit Timo. So, da sind wir jetzt endlich, ähm, ja, ich hole mir erstmal ein paar Standard-Items, ganz klar. Ja, so, 19, 11, 12, 13. So, sorry, das muss ich jetzt kurz sagen, wegen Synchronisation und so. Und, ja, scheißegal, vergesst es einfach. So, aber ich bin jetzt auf jeden Fall Timo, gehe top und wir haben heute auch mal Teleportation dabei. Der soll jetzt einfach dabei helfen, wenn wir halt, ja, wenn wir gestorben sind oder so und müssen schnell zum Tower, weil der gerade angegriffen wird oder so. Äh, ja, dann soll das helfen. Äh, scheiße, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Ja, genau, dann soll es helfen, damit wir auch schnell zum Tower kommen. Ich denke, die meisten von euch werden sowieso wissen, was Teleportation ist. So, zusammen sind wir jetzt aber mit Jacks hier oben. Warum packt der da ein Wort hin, what the fuck? Ja, gut, ja, Smurf-Account und so ist jetzt meiner, aber, ja. Das ist halt schon arg noobig. Lol. Yo, what the fuck? So, vergiss es, Alter. Lappen. Ja, okay, nee, Lappen mir jetzt nicht. Ich mein, ich hab ja mehr Schaden kassiert. Oh ja, passiert. Und Bro, ich seh dich. Das ist dir klar. Hoffe ich doch. Okay. So, dann fangen wir jetzt einfach mal mit Farm an. Loll. Was ist denn das für ein Heini? Warum? Warum hat er sich schon gehealt? Ja gut, Leute, ihr merkt halt wirklich, es ist ein Spiel Level 1 bis 30. Ja gut, den musste ich erzielen. So. Vielleicht folgt der meinem Rat, vielleicht auch nicht. Wird man sehen. Egal, aber ich bin wirklich noch ziemlich zuversichtlich, dass das Game ziemlich geil wird. So. Wow. Was willst du? Du willst Schläge, gell? Oh, wow. Alter. Alter, alter, alter. What the fuck geht er ab? Krass. Ja gut, immerhin benutzt der Teleportation. Das ist schon mal gut. So. Der hat einen kleinen Hit kassiert, nochmal. Nochmal. So, das wird, äh, First Blood. Das muss First Blood werden. Okay, der andere da merkt anscheinend nichts. Ah! Jawohl! First Blood. Tja, so macht man das. Wenn irgendwie der andere, der Amumu oder wie das Viechter heißt, AFK ist, dann Easy Win. So, jetzt aufpassen. Wenn der jetzt drin hockt, ja gut, macht der nett. So. Okay, das Spiel will jetzt auf jeden Fall mal ziemlich gut gewinnen. Ah, da kommt der schon wieder. Krass. Bam. Ich liebe es einfach, dass man Timo so Gift hat. LoL. Alter, wie hat Jax überlebt? Alter, what the fuck? Das ist heftig. Mit Timo hätte ich das wahrscheinlich niemals überlebt. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Gold gesammelt. Da werden auf jeden Fall Schuhe und so Zeug drin sein. Links, zwei, drei, vier. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz hier noch ein bisschen was rumtöten. Wäre zumindest recht sinnvoll. Damit wir dann, wenn wir in der Base sind, genug Gold haben. So. Okay, Tower komm. Ich versuche jetzt einfach, das Game ziemlich schnell zu machen. Netz so in die Länge zu ziehen, denn die letzte LoL-Folge war ja schon ein bisschen länger. Weil zwar keine Level 1 bis 30 Folge, aber ja. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie schädlicher, wenn die Folgen kürzer sind. So, höchstens eine halbe Stunde. So, zurück. Perfekt. Das hat er gecheckt. Oh, da kommt wieder Amumu. Lol. Jo, was war denn das? Ist der irgendwie blöd? Gut, jeder, wer will. Ne, Jax, was soll denn die Scheiße? Okay, ich glaube, das ist wirklich ein richtiger LoL-Noob. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass ich irgendwie super schlau bin, Doll. Aber so ein Noob ich bin jetzt echt nicht, dass ich in Tower renne und angreife. Ne, echt nicht. So, wie viel Gold brauchen wir dann? 300 für das? 815. Ja, ne. Ich hole mir lieber das andere. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall Ulti. Das ist schon mal ziemlich chillig. Dann packe ich hier den ersten Pilz hin. Bisschen farmen noch. Und dann gehen wir, würde ich sagen, das erste Mal back. Ich finde es krass, dass der da einfach nichts macht. Der Amumu. Aber gut, wenn er keinen Bock hat, auch gut. Die wieder mit Autotext angreifen, damit die ein bisschen Gift kassieren. So. Ich farm gerade echt alles ab. Jo. Aber jetzt, wenn wir zusammen angreifen, dann kassiert Tower einfach richtig schaden. Ja, was machst denn du? Ah, ja, gut. Wie du willst. So, dann packe ich jetzt hier mal noch kurz ein Pilz hin. Aber ich frage mich echt, wo die anderen alles sind. Sind die irgendwie AFK oder was? Bam. Und Tower. Also ich probiere jetzt hier echt durchzupuschen, den Tower down zu kriegen. Und danach halt im Shop was Schönes kaufen. Komm. Ne, ich glaube, das packen wir nicht mehr. Ah, schade. Okay. Ja, aber egal. Wir werden das so ganz gut schaffen. Jacks, Mann! Ja, gut. Alter, der rennt einfach in den Tower rein. What the fuck geht bei dem ab? Bam. So, erster Tower down. Perfekt. Aber die anderen sind irgendwie echt AFK. Das wundert mich. Das heißt, wir farmen hier jetzt schnell. Versuchen ziemlich schnell hochzuleveln. Ah, halt. Hab noch ne Idee. Schön einen Pilz hier rein. Und noch einen Pilz hier mitten auf die Fahrbahn. Ich bin dran. Fahrbahn. You. Need help. Admit. Jetzt bin ich mal gespannt. So, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Mitte. Helfen da ein bisschen. I'm going to gank Okay, und Go Go, 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 go So, easy Okay, dann gehen wir jetzt einfach wieder top Ja, nee, das Game läuft aber echt richtig gut, finde ich Hm, ja doch, komm Lol, was ist jetzt mit dem los? Hä, check ich jetzt nicht Weil der nicht einen Kill bekommen hat, oder was? Lol, na gut, wie er meint Krass, wie der einfach fast verreckt ist Ja, gut, okay Ja, lol, wie der einfach dauernd verreckt Und dann noch mich beschimpft Ja, ich glaub's auch Ja, so ein Assi Hey, irgendwie sind im Game echt alles lol Wir haben Gegner Die Noobies sind Ja, und jetzt braucht er mich wieder Ja, gut Wie er meint Okay Ja, auf Ja, und jetzt war der zu langsam, for real Ach komm, ey Ja, und Chex, was macht der? Dann gehe ich jetzt hier hin Komm schon, gönnt ihr Gönnt ihr doch Bam Jetzt komm, auf Da ist doch Ash Alter Backporting Achtung Ich check's nicht, was der macht Oh Lol Äh, ja, Achtung Bro Haha, Lappen Lappen, Lappen, Lappen Oh shit, das war dumm, das war dumm, das war saudum Verreckt er noch Ne, schade Okay Ah lol, ich hab keinen Warner mehr Gut Zurück Achso, pack ich das überhaupt Bevor die kommen Ja, locker Easy Komm Jetzt erstmal Die Schuhe Perfekt Und, ja Mehr ist im Moment noch drin Ich werde die Wirkung ausspielen Chex packt auf jeden Fall Die Top-Line hoffe ich Denn jetzt kommen sowieso die ganzen Top-Liner in die Mitte Ja, chill doch Neu Ja, Bro, warte, 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 warte Halt, stopp Ja, gut Der hat's kapiert Ich glaub, das Game kriegen wir doch nicht so schnell fertig, wie wir eigentlich sollten, wollten Whatever Komm Ja, gut Ja lol, das war thrash, okay Wie er will Wie er will Das kann noch was werden Äh, checks Ja gut Ah lol Da ist fast down Chillig Fail Kommt vor So, komm, Tower Scoot wie down Bums Wow Lol Ja, gut, passiert Was will man machen Lol Was geht denn mit dem? Komm Ne Ja, ne Das wird hier nix Seh ich jetzt schon Oh Shit Der Schaden von dem Was sollen ist mir im Moment grad egal So Bissle gefarmt Ich glaub, ich hol mir von denen mal schnellen Red Buff Das doch hier unten, oder? Ja, genau Okay, Healport rein Und go So Ja, easy Ja, Red Buff Perfekt Boah, Achtung, Achtung, Reis Achtung Oh, shit, shit, shit Alter Ich darf nicht sterben Ich darf alles nur nicht sterben Ne, lass, lass, lass Brauch's nicht Oh Oh, oh, oh Noch ein Healport Wow Wie close das war Ah Weg, weg, weg Nein Oh, shit Ah Was machen die Ich kapier grad gar nix Ganz ehrlich Ich Ich werd's überleben Ich werd's überleben Easy Ja So macht man das Und back to base Aber schon lol Timo ist einfach durch seine Pilze richtig okay So, aber jetzt brauchen wir noch was für Angriffsding da Ja, komm, drei Healpots werde ich auf jeden Fall brauchen, denke ich Jax pusht eigentlich auch auf die Toplane ganz gut durch Ja Der macht ordentlich Schaden Oh, 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 oh Botlane ist eigentlich auch saugut dabei Ich werde die Gegend ausspielen Ich geh da hin Und Komm Get him Äh, äh, krieg ihn Ja Nice Master Yi, komm Okay Tower schnell down Dann gehen wir direkt zum Tower von der Base Also in Gipitor Tower, glaub ich Irgendwie so muss das Ding heißen Ich glaub ich pack hier jetzt auch gleich mal noch ein paar Pilze hin Nee, komm Ich mach erst den Tower Ist im Moment einfacher Inhibitor auch noch, okay Mache ich Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit Ja, jetzt hab ich mal kurz Kamera ein bisschen umgeschalten Ja, gönn dir, gönn dir Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit Ah Shit What the fuck Easy Oh Oh, was Das für ein Kill war, alter Äh, ja, ne Lucky me, alter Richtig übel Alter Ja, okay, nicht nochmal Hab ich überhaupt schon tot? Ne, lol Ne, lol He, he, he Herr Timo ist halt echt OP Muss man einfach was sagen Äh, ja, fail bums 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 ok und go er kommt ja ok trache ist eh easy das eigentlich auch scheiß egal wer dem kommt und weiter ich meine jetzt ist eh nur noch durch pushen und fertig ja noch mal zum teleport das funktioniert so ihr müsst ersten Punkt anvisieren wo ihr euch hin tippen könnt als zum Beispiel Vassal da klickt ihr ganz normal links klickt drauf oder halt auf der Map müsst ihr irgendwo hinklicken am besten dann aber Kameramodus umstellen damit ihr hier so random auf der Map um äh 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 was auswählen könnt so und ja dann drückt ihr einfach D und dann teleport ihr euch schon dahin so erst du stirbst erst du stirbst ja es ist einfach so ist keine große kunst und schon gar nicht mit Timo sollte die verrecken jetzt auch erstmal schön Leute tun sie nicht ich glaube ich brauche gleich wieder eine Red Buff auf o auch steht auch steht auch steht auch steht auch steht auch steht ja verlangsamt getroffen o 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 so dann klang ich mir wieder ein Ziel prochein auch jo o o o o Eta Ja m o o o o O o o ? !? ? ? ? jetzt genau unsere auto texten zu schneller dass auch ziemlich praktisch aber wobei wir können uns gar nicht tippen oder schade müssen wir noch kurz warten ich komme dahin ja master hier greifst du an oder auch nicht ich weiß es nicht ja klar ich warte ja das können wir packen kommt lasst ihn dadurch rennen ja und easy und noch mehr easy perfekt viel pot wie immer ja lass mich schnell durch ne schaffe ich nicht mehr schade okay dann ganz schnell bluboff brauche ich ja da bin ich auch ziemlich schnell das heißt wir machen jetzt ein bluboff klären wieder die toplein ja und dann spielt sowieso schon so gut wie vorbei er bleibt noch schön in der base perfekt die beiden noch ok und jetzt mal nach regeneration ich sehe es ja unten an der leiste plus 12,2 das heißt bluboff bringt einfach richtig viel und graves hat glaube ich kapiert dass ich da bin ja war klar fuck und er rennt da noch durch wie dumm lol 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 dann hole mir hier oben schnellen red buff damit ich jetzt auch noch gut und ging da ja wie heißt lebensregeneration bekommen den kommst jetzt auch easy es ist einfach wenn man einmal wenn man einmal wobei stinkt blieben ich habe gar nicht mehr ja jetzt pushen wir aber vor in dem mittleren dann läuft's gerade nicht zu gut oh shit komm ruhig her so jetzt einfach auf alle drauf fertig ich hab hier vergessen nein fuck fuck äh ja shit war ziemlich scheiße muss man was sagen dann verkauf ich jetzt aber auf jeden fall meinen Schutzdingenster holen wir so ein item what the fuck die towers sind so gut wie down ja neues 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 jetzt nur die frage soll man das spiel komplett aufräumen oder sondern jetzt einfach da schnell durch pushen Prozent Prozent ja hallo der Weg hallo tschüss Loll Loll schweißt äh das war richtig die Noob-Aktion fuck it Alter ich hab nicht gewusst dass da echt alles sind egal wir haben immer noch mehr Kills und das ist die Hauptsache oh shit ey das hätte mir jetzt echt nicht passieren dürfen egal aber jetzt kann ich mir gleich das Item holen so fuck wie kann mir das passieren ich glaube ich noch meine Geschwindigkeit raus äh ja ich komme mal lieber bot ah shit okay oder nicht noch anders ich knall jetzt die ganz schnell weg hoffiert ist das von dort die Gegner nicht kommen jetzt kann man die nämlich noch schnell weg und dann pushen damit durch holen wieder in die Tour und dann ist es vorbei was alter warte vor geht mit denen ab gern bitte nicht lappen werden und die das gemerkt dort kommt ja ne kommt jetzt hier schnell durch pushen ganz locker wie sie ich meine wenn teammates nicht dabei sind dann ist echt scheiße durch zu pushen oh on my way okay du bist den Lappen Garen auf dich habe ich sicher keinen Bock nice okay dann machen wir jetzt einfach schnellen trink bringt eigentlich so ein pilz was ja da bringt was neu oh ach so ne ich hab schon dachte wollte jemanden tracksteel ob alles gut sie unten blude aber hier ist red buff okay ich bräuchte jetzt wirklich mal trinken bluboff ja und backporten da habe ich jetzt konnte ich kein bock drauf okay und go so verreckt du einfach tschüss 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 bluboff perfekt dann knall ich mir noch schnell ein heel pot rein und kommt da jetzt runter so du verreckst du verreckst du verreckst du verreckst okay in perfekt du hast auch so gut wie down so dann holen wir jetzt ach so Jacks hat ihn grad gemacht okay auf geht's Garen renn da durch Garen wir wissen alle dass du ein Lappen bist okay und er ist down ich finde es einfach so süß Garen hat einfach so viel Leben und Timo ist einfach so OP dass er da einfach durch rennen kann ich finde es episch dann kommt da noch schnell so ein Teil rein äh ja greif an dann hole mir hier oben noch schnell die Minions ok komm jetzt habe ich echt keinen bock mehr das in Länge zu ziehen jetzt habe ich einen kleinen Plan und zwar werde ich jetzt ganz einfach hier in Ward hinpacken back tippen dann hole mir nämlich ein paar schöne Items lol ich kann das noch gar nicht 2515 wie viel bekomme ich hierfür ach komm ey ich will das Item jetzt okay komm auf geht's so dann gehen wir jetzt hier zum Wort markieren den drücken D und schon werden wir härtet jetzt haben wir auch hier gleich noch so ein buff Tower down fertig bam slash alt t ja ich würde sagen das war eine ziemlich coole Runde wir haben einfach richtig carried und ja wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte eine Bewertung da oben und sonst sehen wir uns beim nächsten Part haut rein so so